Macht ihr euch Gedanken über eure Rente? Nee, ich nicht. Ich geh wirklich sehr gut mit meinem Geld um. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen sparsam sein und geizig sein? Ja, absolut. Ich treffe heute Alberta. Sie ist 27 Jahre alt und besitzt jetzt schon viel Immobilien. Mit 35 möchte sie finanziell unabhängig sein. Was das genau bedeutet und wie sie es geschafft hat, in so kurzer Zeit so viel Geld zu sparen, möchte ich heute herausfinden. Da fängt schon an, ich weiß nicht mal, was ich für Ausgaben habe. Wer weiß, vielleicht kann es ja jeder schaffen. Eure Fragen habe ich natürlich auch dabei. Herzlich willkommen bei FOLLOWERPORTS. Hallo Alberta. Na? Wie geht's? Ganz gut, wie geht's dir? Auch super, ja. Schön, hast du es hier. Bescheiden, aber schick. Seit wann wohnst du jetzt hier? Seit ungefähr anderthalb Jahren. Ist das deine eigene Wohnung? Nee, aber ich wohne hier zum Miete, genau. Aber du hast eigene Wohnungen? Genau. Wir fahren jetzt mit dem Auto nach Duisburg. Seit wann hast du ein Auto? Also, dieses Auto habe ich jetzt seit, weiß nicht, vier Monaten oder so. Der hier? Genau. Du hast vier Immobilien, aber du hast einen bescheidenen Kleinwagen. Genau. Ich glaube, jede Person kann finanziell unabhängig werden, egal was für Voraussetzungen man hat. Also, ich glaube, jeder, der irgendwie in Deutschland lebt, kann es theoretisch schaffen. Woran es scheitern könnte, ist der Zugang. Und man braucht ja jemanden, der einem das Ganze zeigt, der einem zeigt, wie das funktioniert. Wie machst du das, wenn du gerade in solchen Shopping-Gegenden rumläufst und in den ganzen Schaupfen so vorbeiläufst? Weil ich, muss ehrlich sagen, ich finde es immer relativ schwer, gerade wenn ich dann ein bisschen Geld dabei habe, widerstehen zu können. Ich glaube, ich muss gar nicht groß widerstehen können. Also, wenn ich irgendwie was brauche oder wenn ich es unbedingt haben möchte, dann wird es auch gekauft. Selbst wenn du so viel Geld hättest, würdest du jemals so eine 19.000-Euro-Uhr kaufen? Es gibt halt schon gewisse Luxusartikel, wo ich mir denke, hm, okay, wäre nicht schlecht. Also, aber die Zeit ist halt dafür noch nicht gekommen. Hi, wann hast du oder für was hast du das letzte Mal so richtig viel Geld ausgegeben? Wahrscheinlich, als ich mir das letzte Mal ein paar Schuhe gekauft habe oder so was. Sparst du viel Geld? Ja, ich spare extrem viel. Also, ich gehe wirklich sehr gut mit meinem Geld um. Und ich überlege mir auch genau, was ich kaufe im Endeffekt. Macht ihr euch Gedanken über eure Rente, dass ihr irgendwie, wenn ihr alt seid, nicht genug Geld haben könntet? Nee, ich nicht. Also, ich glaube, der Kollege schon, aber ich nicht. Du machst dir Gedanken darüber? Ein bisschen, aber warum denn? Kann ja immer sein, dass man kein Geld mehr hat. Muss ja auch nicht unbedingt in der Rente sein. Und habt ihr schon mal irgendwie mit dem Thema so investieren auseinandergesetzt? Also, ich habe die eine Aktie, wo ich halt wirklich genau weiß, da kann was kommen und bei den anderen spiel ich halt ein bisschen, um Erfahrung zu sammeln. Macht ihr euch Gedanken jetzt schon um eure Altersvorsorge oder Rente zum Beispiel? Man macht sich schon Gedanken, aber ich finde immer so, Geld ist immer so ein schwieriges Thema. Weil es gibt Leute, die sagen, ey, ich lebe viel Geld, ich mache dafür alles, wollen dafür aber keine Freizeit haben. Ich danke euch. Wie machst du es zum Beispiel, wenn, gerade so Verabredungen mit Freunden, ähm, gibt es auch manchmal Abende, wo du sagst, nee, ist mir zu teuer? Nee. Und ich finde, an solchen Ecken sollte man auf gar keinen Fall irgendwie sparen. Ich versuche schon darauf zu achten, dass ich halt, wie gesagt, mein Geld nicht verschwende. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen sparsam sein und geizig sein? Ja, absolut. Ich hatte eine Freundin zum Beispiel in einer WG gelebt. Da wurde dann, wenn es einen Kochabend gab, hat die eine eine Gurke mitgebracht und die hat irgendwie, ich weiß nicht, 29 Cent gekostet. Und dann wurde halt anteilig berechnet, wer wie viel zurückzahlen muss. Und das ist, finde ich, schon ein bisschen schwierig. Geld haben kommt irgendwie auch irgendwo von Geld geben. Deshalb finde ich, sollte man niemals irgendwie auch an so Spenden und Co. sparen, sondern ich finde, man sollte halt auch irgendwie Lernen geben zu können. Ich war ziemlich überrascht zu sehen, er wäre das genauso alt wie ich, aber hat einen komplett anderen Umgang mit Geld. Und der einzige Unterschied besteht darin, dass sie sich einfach früh genug damit auseinandergesetzt hat und ich mich damit halt noch gar nicht beschäftigt habe. Und das macht halt, glaube ich, einen riesigen Unterschied dann halt im Alter. Dass es mir halt auch so ein Gefühl gibt, okay, Paolo, du müsstest auch mal langsam was dafür machen. Die Wohnungen, die du besitzt, die hast du nicht geerbt, oder? Nee, die hab ich nicht geerbt. Okay, nee, weil das ist so das Klischee. Was braucht man dafür? Wille, Ehrgeiz, reiche Eltern. Ja, das ist bei mir leider nicht so. Fangen wir mal bei null an. Wie toll war zum Beispiel deine erste eigene Wohnung? Meine Wohnungen sind alle unter 100.000. Was mir immer viel wichtiger ist, dass ich nicht überteuert kaufe, sprich der Quadratmeterpreis spielt natürlich eine viel größere Rolle als die insgesamte Summe. Wie bist du zu dem ersten Eigenkapital für deine erste Wohnung gekommen? Das war so, dass ich für mein Masterstudium schon ein bisschen Geld angespart hatte. Ich hab halt Praktika gemacht und dann konnte ich halt immer so um die Hälfte meines Praktikumsgehalts sparen. Das waren ungefähr 1.600 Euro netto. Das war die Hälfte, oder war das ... Nein, 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 das war das Gehalt. Und wenn man das mal so ein halbes Jahr macht, dann kommt da natürlich auch ein bisschen was rum. Und so kam das halt eigentlich relativ schnell dann zusammen, das Eigenkapital. Was machst du jetzt beruflich? Ich bin jetzt in der Beratung. Magst du verraten, wie viel du verdienst? Ich bin kein Spitzenverdiener oder so. Und auch innerhalb der Beratungen würde ich sagen, ähm ... Ja, sind wir so eher im Durchschnitt nicht unbedingt die Bestverdiener. Aber ich glaub, konkrete Zahlen kann ich gar nicht nennen. Und hast du noch andere Einnahmequellen außer dein Job? Natürlich jetzt dann auch die Immobilien, wobei da jetzt auch nicht unbedingt super viel übrig bleibt. Sonst hab ich halt noch Aktien und ETF. Du hast lange gewartet und lange gehofft, dass ich dir mal endlich etwas schreibe. Deine letzte Nachricht war angeblich, die letzte Nachricht so wie nach jedem Streit. Wie groß ist das Risiko, dass du auch Geld verlierst oder hast du schon mal Geld verloren? Ich investiere zum Beispiel super, super langweilig. Das meiste meines Geldes geht halt in diese zwei ETFs, die ich habe. Und dort minimiere ich halt mein Risiko, weil ich so breit diversifiziert habe. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Corona ist und der Einzelhandel irgendwie gerade einbricht. Dann hast du aber irgendwie die Lebensmittelindustrie oder die Pharmaindustrie, die gerade wieder hochgezogen wird. Sprich, das balanciert sich so ein bisschen aus. Wenn du jetzt aber sagst, ich lege irgendwie alle meine Eier in einen Korb und investiere irgendwie in nur eine einzige Aktie, da hast du natürlich ein hohes Risiko, dass wenn das irgendwie eine Pharma-Aktie ist und irgendwie die Pharmaindustrie gerade nicht so gut gestellt ist, dass dir komplett die Aktie abschmiert und dein ganzer Korb ist weg. Wenn dir jetzt jemand empfiehlt, sei es ein YouTuber oder sonst wer, ja, irgendwie investiere genau in die Aktie und morgen machst du super viel Geld damit. Da sollten alle Alarmglocken irgendwie klingeln, weil schnell Geld verdienen ist auch immer mit hohem Risiko irgendwie verbunden. Habt ihr noch Tipps, wie man sparen kann? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Okay, du hast jetzt vier Wohnungen, die sich quasi selbst refinanzieren. Aber was ist dann eigentlich dein Ziel? Also wo willst du denn mal hin? Ähm, genau. Ich habe mir irgendwann mal das Ziel gesetzt, dass ich relativ jung, also vor 40, finanziell unabhängig werden möchte, sprich nicht mehr für Geld arbeiten muss. Also finanzielle Unabhängigkeit heißt, man muss für Geld nicht mehr arbeiten? Genau. Okay, aber dafür musst du ja eigentlich reich sein, oder? Wie viel Geld brauchst du dafür? Ja, reich ist halt immer, ich sag mal, ähm, so relativ. Ich habe natürlich auch schon vorher viel über diese Themen gelesen, aber ich dachte immer so, okay, wenn du dein ganzes Leben lang einfach einen Job hast, wo du okay verdienst, dann geht's dir immer gut. Hast du dir dann mal Gedanken darüber gemacht, wie viel du benötigen würdest, um vielleicht finanziell unabhängig zu sein? Hab ich noch nie. Was du quasi als allererstes machen musst, dass du sagst, okay, wie viel bräuchtest du pro Monat, um ganz entspannt leben zu können? Boah, das ist, da fängt schon an, ich weiß nicht mal, was ich für Ausgaben habe. Und jetzt noch die Variablen. Variable Kosten ist so Einkauf. Einkaufen, irgendwie ausgehen mit Freunden, Kleidung. Ja, dann kommen wir zusammen auf diese Summe. So, jetzt nehmen wir das Ganze mal zwölf, weil wir ja quasi den Jahresbetrag ausrechnen wollen. Ja. Und dann gehen wir jetzt quasi nach der Vier-Prozent-Regel. Die Vier-Prozent-Regel besagt quasi, dass du von deinem Vermögen jährlich vier Prozent entnehmen könntest, ohne dass sich dein Vermögen jemals schmälert. Sprich, wir würden jetzt ausrechnen, was für ein Vermögen du bräuchtest, um quasi jedes Jahr diese vier Prozent entnehmen zu können. Deshalb nimmst du jetzt diesen jährlichen Betrag, diese 17.280 mal 25. Das ist genau dasselbe, als würdest du geteilt durch vier Prozent nehmen. Magst du die Summe einmal nennen? 432.000. Genau. Also, du müsstest dir quasi 432.000 Euro an Vermögen aufbauen, damit du nie wieder arbeiten musst. So, und jetzt müssen wir ausrechnen, wie viel du quasi an Vermögen haben müsstest, damit du jedes Jahr passives Einkommen von diesen 17.280 Euro hast. Und wenn du da angekommen bist, kannst du jedes Jahr, weil der Markt, ne, der Aktienmarkt, der wächst ja jährlich. Du bekommst ja jährlich, wenn du irgendwie in Aktien oder ETFs investiert hast, Zinsen und die liegen ungefähr immer bei sechs bis sieben Prozent. Sprich, wenn du nur vier Prozent jedes Jahr entnimmst, dann schmälerst du dein Vermögen nicht. Sprich, du könntest, sobald du dir einmal diese Summe aufgebaut hast, theoretisch dein Leben lang jeden Monat 1.440 Euro entnehmen und müsstest nicht mehr für dein Geld arbeiten. Okay. Ich bin auch matt und bin ich auch so schlecht gewesen, wenn ich mein Leben lang von der Summe lebe, dann ist das schon sehr bescheiden, glaube ich, oder? Ja, aber ich meine, dein Leben lang die Summe zu bekommen, ist auch schon ganz nice. Das stimmt. Ich habe auch keinen richtigen Überblick, was ich ausgebe, ich habe auch kein Notgeroschen. Es ist ganz, ganz wichtig, sich erstmal so eine Grundabsicherung zu schaffen und das ist halt nun mal das Thema Rente. Wir werden quasi dazu gezwungen, mit nur knapp einem Drittel von dem, was wir jetzt quasi verdienen, auskommen zu müssen. Das Traurige ist halt, dass wir Frauen meist noch viel härter davon betroffen sind als Männer. Das hat Gründe wie, wenn es irgendwie Nachwuchs gibt, dann ist es die Frau, die zu Hause bleibt oder irgendwie ihre Stunden reduziert. Und dadurch zahlt man natürlich auch viel, viel weniger in die Rentenkasse ein. Auf jeden Fall mega spannend. Du wolltest mir noch zeigen, wo du aufgewachsen bist und ich will auch gerne mal die Wohnungen sehen, die du in Duisburg hast. Ja, können wir gerne machen. Komm rein. Sind deine Eltern da? Nee. Das ist das Zimmer, an dem du aufgewachsen bist? Genau, das ist irgendwie mein altes Kinderzimmer. Hier ist das Wohnzimmer. Kann man so Kinderzerinnerungen auf, wenn du hier bist? Ja, ich meine, hier hat man schon viel Zeit verbracht. Irgendwie habe ich auch hier teilweise Hausaufgaben gemacht und nie in meinem Zimmer. War das Thema Finanzen bei euch zu Hause schon immer irgendwie ein Thema? Nicht wirklich. Also nicht irgendwie in Form von, wie kann man Geld investieren oder irgendwie Geld anlegen. Aber es war schon immer ein Thema, irgendwie Geld zur Seite zu legen oder Geld zu sparen. Also da hat meine Mutter schon irgendwie mal drauf geachtet. Haben deine Eltern eigentlich auch Immobilien? Wir haben halt noch so ein Familienhaus in Ghana. Aber hier haben die keine Immobilien und leben zur Miete. Wie sehen die das jetzt, wenn die jetzt von dir erfahren, ja Mama, ich habe vier Immobilien. Ähm ... Ja, also meine Mutter ist immer noch so ein bisschen vorsichtig und sagt, okay, jetzt machen wir irgendwie Pause oder so. Da müssen es so viele sein und wie funktioniert. Hast du vielleicht irgendwie in der Nähe eine Wohnung, die du uns zeigen könntest? Ja, tatsächlich. Also wir können da gerne mal hinfahren und uns hier ansehen. Wohnen denn da gerade aktuell Leute drin? Ähm, nee, die Wohnung ist gerade noch leer. Die muss auch, sag ich mal, noch ordentlich renoviert werden. Das ist die Wohnung, also hier direkt im Erdgeschoss. Ähm, ist halt eine süße kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, auch nicht allzu groß, ungefähr 36 Quadratmeter. Könnten wir jetzt schon reingehen in die Wohnung? Das wird heute nicht funktionieren. Hätten wir morgen gedreht dann vielleicht, weil ich krieg tatsächlich morgen erst die Schlüssel zu der Wohnung. Hast du für jede Wohnung einen Kredit aufgenommen? Ja. Also hast du aktuell vier Kredite am Loch? Also ich bin hoch verschuldet. Macht dir das irgendwie Sorge oder so? Ja, natürlich. Also man steht ja jetzt nicht auf und denkt sich so, gu, geil. Ähm, aber ich mach das so, dass ich schau, dass die Wohnungen sich alle selbst tragen. Und das gibt mir dann halt nochmal so ein bisschen die Sicherheit. Und ich wähle meine Wohnung auch so aus, dass ich das Gefühl hab, dass ich dir immer problemlos wieder vermieten könnte, falls mir mal irgendjemand abspringt. Was machst du da mit deiner finanziellen Unabhängigkeit? Ich hab halt irgendwie superviele kreative Projekte im Kopf, die ich dann irgendwie alle umsetzen würde. Ich würd, glaub ich, auch sehr, sehr viel reisen. Ja, vielen Dank, dass du uns deine Wohnung gezeigt hast. Gerne. Wenn ich das jetzt so sehe, krieg ich auch Bock auf mein Zuhause. Das heißt, ich muss zum Bahnhof. Du gehst lang zum Bahnhof, du kennst dich aus. Ich muss tatsächlich auch Richtung Bahnhof. Da lang. Genau. Alright. Also am meisten überrascht hat mich, dass Alberta, obwohl sie im gleichen Alter ist wie ich, schon vier Immobilien hat. Und nicht, weil sie irgendwie großartig geerbt hat oder weil sie reiche Eltern hat, sondern weil sie clever investiert hat. Ich werde mich auf jeden Fall, wenn ich nach Hause komme, mal hinsetzen und überlegen, welche Ausgaben sind denn wirklich nötig und welche Ausgaben sind nicht so nötig. Legt ihr euch schon regelmäßig Geld beiseite? Wenn ja, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure besten Spartipps sind. Und wenn ihr keine weitere Folge mehr von Follow Me Reports verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert die Glocke und lasst gerne ein Like da. Meine Kollegin Hanna hat Oke getroffen. Der hat seinen eigenen Bauernhof, den hat er von seinen Eltern übernommen. Dies Video findet ihr hier oben. Und unsere KollegInnen vom Y-Kollektiv haben einen Film zum Thema Altersarmut bei Frauen gemacht. Auch dieses Video findet ihr hier unten.